und damit willkommen zu star wars dark forces willkommen zurück so wir haben das schmuggler schiff verfolgt bis zu einer unterirdischen geheimen imperialen anlage und die sollen wir sprengen ja automatisch fabrik oder so da gibt es irgendwie gas blablabla und darksport könnten auch da sein das ist natürlich krass ich habe das schon mal gelesen das will ich jetzt nicht schon wieder vorlesen missionsziele dringe in die fabrik ein lege ersten sprengladung lege zweite sprengladung okay los geht's ja ich hatte mich wieder vergessen wir hatten ja den den peilsender angebracht an dem schmugglerschiff auch wenn ich nicht ganz verstanden habe wann wo da das schmugglerschiff angefangen hat oh eis nett na toll wassergeräusche wieder oh scheiße gerutscht schnee rum da kann ich bestimmt hinterwenden das sind aber nicht die schnee trupper ach du scheiße ich glaube ich bin zu weit gelaufen ich habe die alle erwischt guck mal erstmal wieder zurück weil ich glaube ich bin zu weit okay geht's nix geht nix okay gut okay sehr gut sehr gut sehr gut oh scheiße oh das ist was eiskrallen ich habe eiskrallen gefunden ich rutsche nicht mehr hat der stopp gesagt oh 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 man ach scheiße das gibt's doch nicht ach scheiße die blöden granaten das spreche ich mir alles auf für ähm für die dark trooper äh ich muss gerade kratzen moment moment ich hab was für euch okay warte mal da war ich jetzt schon drin ne ne warte mal oh 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 jetzt wird's ja interessant hier da ist er ah hier sind die und ah blauer schlüssel okay merken wir uns das mal guck mal wir haben eine fabrik natürlich gibt's die fließbänder die ergeben aber natürlich keinen sinn also wie gesagt level design ist als wir als ja ein fünfjähriger das gemacht hätte vorbeigeschlittert alle umgebracht wo komm ich denn da rein da gibt's gar keinen eingang da liegen über energiezellen vom dach okay keine weiteren fragen au das ist auch ein extra leben drin ne es muss hier irgendwas geben womit wir da durchkommen guck mal da ja aber trotzdem muss man da irgendwie rein können nein das wollte ich jetzt natürlich nicht meinst du erinnern mich noch wie ich da hingekommen bin oh hier gibt's noch eine treppe ich komm gar nicht ich brauch die blaue schlüssel überhaupt da hoch zu kommen aber ich hab mich da hoch gemogelt ja okay gut zu wissen ich hätte einfach weitergehen sollen oh oh mein armes Herz guck mal da geht's auch weiter oder auch nicht ne ich glaub nicht ne I knew in that moment I fucked up guck mal ich bin gar nicht tot das ist schon sehr äh angstentflüssendes Gefühl wenn ich hier drüber springe jedes mal okay gut dann wir finden jetzt 10 Millionen Secrets but the key and no one so das ist der Geheimgang aber was haben wir hier ist das wichtig okay das ist vielleicht ganz praktisch mal gehen wir halt zurück was weiß also an das Level erinnere ich mich schon gar nicht mehr also ich glaube ich habe niemals äh ein paar Level durchgespielt also ach das gibt's doch nicht da muss doch irgendwas guck mal da sind die Klippen äh äh da ist irgendwas aber hier habe ich angefangen ist gar nichts oh das war's ne das geht doch hier rum aber ich bin doch schon mal runtergefallen ich denke aber nicht dass da irgendwas ist ich glaube ich muss das mit dem Wasser machen na hast du gedacht du hast frei hier sind hier findet er hier findet er mich nicht so jetzt aber da ist sie doch meine Güte ich guck jetzt nicht in die Räume rein nein da kann ich eh nicht hin hey sorry maid ich bin ich bin ph disease die 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 dr Ich darf da bestimmt nicht rein, oder? Im Ernst? Wow, shit. Ruinen Fertigungsanlage hier. Nee, 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 nee. Superschild. Was ist das? Ein Hologramm? Das soll ich am liebsten räumen, die da mähen. Blister! Nichts geht über Räume nieder, man. Egal. Guck mal, hier gibt's wieder Leben. Roter Schlüssel. Was war'n das jetzt? Ich meine, ich drück' ja hier anscheinend ganz viele Knöpfe, aber... Das ist die rote Karte. Ja, aber die ist doch da drin. Ach so. I have no idea what I'm doing. Ach, scheiße. Okay, warte mal. Der sagt, hier ist eine Tür. Aha. Der sagt, hier ist eine Tür. Aha. Boah. Okay. Äh, das sieht nicht so gut aus. Hier wird man gekocht. Nicht die Mikrowelle. Ich weiß nicht. Atemmaske, aha. Wie benutzen wir die Atemmaske? Vier. Ja, lassen wir das mal weg. Das sind aber nicht nur ein paar Rohre. Anscheinend brauchen wir hier keine Atem. Keine Atmung oder so. Jetzt kommen gleich die Dark Trooper, aber die kommen immer erst... Gut gemacht. Lass uns diesen Eiswürfel sprengen. Eine Frau nach meinem Geschmack. Oh, der nennt jetzt sogar Rüstung an. Ach du Scheiße. Hört, ich sehe genauso aus wie die Typen bei Mando. Was war das jetzt? Super Munition. Oh yeah. Nur noch einer hier irgendwo? Nur einer? Wo wo ich denn jetzt hin? Da wo der rausgekommen ist? Sollte das? Warte, ich mach mir grad voll ins Hemd. Ich misch'n noch mehr davon. Ich misch'n noch mehr davon. Das sind nicht die ganz fertigen. Ach guck mal, hier ist der Ausgang. Kennen wir. Weißt du, stell dir vor, du stirbst deswegen am Schluss. Deswegen sind die Level-Designers schon oft gehängt worden. Okay. Und der Ausgang war... Na, Gott sei Dank. Alter. Okay, das Level war nicht so geil. Gut, dann auf zur nächsten Stunde, liebe Leute. Bis dahin wie immer. Haut rein. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.